Unsere Gesellschaft krankt meines Erachtens nach sehr daran, dass Menschen sehr eingeengt werden durch das Geschlecht. Ungleichbehandlung, das ist ein Thema, was die Feministinnen schon seit ewig sozusagen diskutieren. Da haben wir auch vielleicht gewisse Erfolge für Menschen, die den Geschlechternormen aber nicht entsprechen, haben wir massive restriktive Einschränkungen und die Einschränkungen betreffen nicht nur Erwachsene, die am ehesten eigentlich bisher wahrgenommen werden, sondern sie betreffen auch vor allem Kinder und Jugendliche. Es gibt Menschen, die fühlen sich absolut in dem Zweigeschlechtssystem gar nicht aufgehoben, die dann möglicherweise ihnen auch sagen, wenn es geht, vermeiden sie es. Wenn es geht, ich bin weder Mann noch Frau oder ich bin beides, bei beides geht es noch. Da gibt es solche Konstruktionen wie He, She und in den unterschiedlichen Sprachen gibt es schon einige Entwicklungen. Für nicht Identifizierte ist es sprachlich tatsächlich sehr schwierig, weil unsere Sprache sehr an die Zweigeschlechtlichkeit gekoppelt ist. Kurde Kurde Untertitelung des ZDF, 2020